Im Handel finden wir diese Schnecke unter Orangene Felsenschnecke oder Orange Telomelania. Die Art ist bisher unbeschrieben, das heißt sie wurde wissenschaftlich noch nicht erfasst. Sie stammt aus dem Pozo-See auf Sulawesi, also das zu Indonesien gehört, und kommt dort in Tiefen von 8 bis 10 Meter vor. Jungtiere findet man allerdings auch schon im Uferbereich. Die Tiere besiedeln hauptsächlich Harzsubstrat, also Steine, Bäume, Baumstämme oder Wurzeln. Die Orange Telomelania ist eine sehr friedliche Art, die problemlos mit anderen Schnecken, Fischen oder Garnelen gehalten werden kann. Ihr Gehäuse wird im Normalfall 6 bis 7 Zentimeter lang, und obwohl sie aus dem Pozo-See mit seinen doch recht speziellen Wasserwerten stammt, verträgt die Schnecke ein sehr viel größeres Wasserwertespektrum als die Garnelen von dort. Der pH-Wert sollte aber über 7,5 betragen und mittelhartes bis hartes Wasser sein, Temperaturen würde ich sagen von 22 bis 30 Grad. Die Nachzucht der Orangenen Telomelania ist eigentlich sehr einfach. Wenn man die Wasserwerte einigermaßen einhält und die Tiere gut gefüttert werden, dann pflanzen die Schnecken sich praktisch von selbst fort. Diese Art ist getrennt geschlechtlich, das heißt man braucht Männchen und Weibchen, und da man die Geschlechter bei diesen Telomelania nicht unterscheiden kann, empfehlen wir eine Erhaltung von mindestens 4 bis 5 Tieren, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man beide Geschlechter im Aquarium hat. Diese Schnecken legen keine Eier, sondern alle paar Wochen wird ein einzelnes kleines Jungschneckchen entlassen, das heißt sie sind lebengebärend. Für diejenigen unter euch, die sich für Süß- und Brackwasserschnecken interessieren, haben wir bei Natureholic einen Ratgeber zusammengestellt, den kann man auf der Garnelio Homepage downloaden.